Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der September-Variante der Fairy Box für dich. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen in diese Box hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Fairy Box erscheint monatlich in dieser wunderschönen Milchtütenverpackung, was ich sehr hübsch finde. Und wir haben hier vier bis sechs Beauty-Produkte drin enthalten, die vegan und Naturkosmetik... Quatsch! Die... Ich wollte gerade vegan und naturkosmetikfrei sagen. Nein! Das ist Naturkosmetik und die ist tierversuchsfrei und super viele von den Produkten sind halt auch noch vegan. Mensch! Es ist spät, es ist warm, Leute, es tut mir leid. Genau, wir haben hier mindestens einen Wert von 50 Euro in der Box wohl drin. Oder das ist halt so das, was irgendwie in den letzten Jahren das Mindeste war, was mal in der Box drin war, ne? 19,95 kostet die pro Monat und 58,68 ist tatsächlich auch der Wert von dieser Box. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, warum auch immer ich sie auf meiner Schulter abstelle, um sie euch vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Fairy Boxen-Team. Und deswegen kann ich auch von meiner Warte aus etwas an euch verlosen und zwar ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Ja, gönnt euch auf jeden Fall hart. Schaut in der Infobox vorbei, falls ihr die Teilnahmebedingungen erfahren wolltet, möchtet. Und dann würde ich sagen, wir schauen hier einfach mal rein, was wir hier so drin haben, ne? Ich bin da immer sehr neugierig, denn es eröffnet mir meistens auch so eine kleine neue Welt. Weil das sind jetzt Produkte, die ich persönlich jetzt nicht unbedingt mir so kaufen würde, aber die Inspiration, die diese Box mir liefert, ist immer eine ganz schöne. Und ja, wir haben hier immer diese Maischips mit drin, die man easy peasy auch über den Hausmüll entsorgen kann. Ich weiß gar nicht über welche Tonne, ich vergesse das immer wieder. Bio-Tonne oder Kompost, genau. Ich persönlich verwende das aber einfach 1 zu 1 so weiter. Das heißt, das dauert noch ein Weilchen, bis die irgendwann mal in irgendeine Tonne reinkommen sollten. Ich schütte das immer aus, weil hier sind noch ganz viele Flyer und Tüdelü und Tralafitti mit am Start. Und dann kann ich mir nämlich die Flyer hier auch so ein bisschen hinlegen, dass ich die dann nehmen kann, wenn ich gerade das Produkt euch zeige. Ich fange an mit Puro Bio. Da habe ich ein Produkt drin enthalten in der Farbe 16 Rosetto, ein All-Over-Lipstick. Ja, sowas kommt ins Full Face Beauty Box mit rein, ne? Das ist halt so ein Lippenstift in einer Farbe, so ähnlich wie die, die ich gerade trage. Finde ich schön, mag ich gerne leiden, ne? Das ist so juicy gerade. Der ist von Incredible. Der hier wird dann wahrscheinlich etwas matter sein. Ja. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Lippenprodukte sind halt recht gängig in Beauty Boxen drin, ne? Weil das halt auch etwas ist, wo ich sagen muss, so Mascara, Eyeliner oder Kajal und Lippenprodukte ist das, was so die meisten irgendwie so verwenden. Ne? Also das, äh, dazu musst du halt nicht jetzt irgendwie eine Foundation, Blush, Bronzer, Highlighter oder so verwenden. Aber ich glaube, dass das so die gängigsten Sachen sind. Und Nagellack, ne? Deswegen packen Boxen, Boxenpacker, Boxenpacker das gerne in die Box so immer mit hinein. Ähm, ja, ist eine schöne Farbe, mag ich gerne leiden. Ähm, dann habe ich als nächstes etwas drin von Jufreen, nein, Jufreen, Deo Roll-On Sporty Lemon Natural Young Deo Care & Protect mit Bio-Inhaltsstoffen. Okay, auch das finde ich interessant. Äh, solche Roller-Deos verwende ich persönlich immer abends, ne? Also entweder ein Roller oder ein Creme-Deo oder, ja, jetzt muss ich gleich niesen, aber ich will nicht niesen, weil niesen tut bei mir echt weh mittlerweile. Ähm, genau, ja, ähm, Limone wäre jetzt nicht unbedingt so das, wozu ich mega greifen würde. Hier habe ich dann auch so einen süßen Flyer mit dabei, den mag ich optisch gerne leiden. Man hätte alternativ auch Orange drin haben können. Ich glaube, Orange wäre mehr so meine Welt gewesen oder es ist nur auf dem Flyer drauf, das weiß ich jetzt nicht. Und, ja, ohne Alkohol und Aluminiumsalz ist es. Das heißt, ja, für mich halt sehr praktisch, wenn man es halt nach dem Duschen verwendet, weil da rasiere ich mir meistens halt auch die Achseln, ne? Und dann brennt das halt nicht so wie Feuer und man läuft nicht durch die Gegend wie so ein Bodybuilder, der Rasierklinken unter den Achseln schmuggelt. Ja, dann habe ich als nächstes ein Produkt drin enthalten von Mudra, Elixier Pain, Blend of Nine Base and Essential Oils for Pain Relief. Traditionelles indisches Rezept mit 50ml. Gehen welchen Schmerz möchtest du denn ankämpfen? Hilfst du mir auch gegen Senkwehen und so? Übungswehen, Leute, eine ganz tolle Sache. Anwendung. Einige Tropfen Öl in den Handflächen verreiben und so erwärmen. Auf die vernarbte Stelle auftragen und leicht einmassieren. Ach so. Für einen Bad drei bis fünf Tropfen Öl in fünf Esslöffel Milch oder Sahne einrühren und ins Badewasser geben. Edel, edel, sprach der Wedel. Zur täglichen Anwendung geeignet. Narben zweimal täglich behandeln. Okay, kommt aus Österreich. Okay, okay, das ist gegen Narben. Das heißt, das werde ich mir aufbewahren. Ich weiß ja nicht, was das jetzt mit Geburt und so weiter dann geben wird. Und ja, muss man da mal gucken. Ich mache das jetzt auch nicht auf, weil das nur sechs Monate haltbar ist nach Öffnung. Und das, ja, möchte ich jetzt nicht irgendwie herausfordern. Ich habe jetzt hier auch dieses Elixier Pain, so ein Flyer mit am Start. Let food be your first medicine and kitchen be your first pharmacy. Okay, also Essen soll deine erste Medizin sein und die Küche deine Apotheke. Ja, das ist interessant. Let's talk about us. Wir. Okay, let's talk about us. Let's talk about you. Was du so machst und wie du unterstützt. Dieses wundervolle Öl wird nach altem indischen Rezept gemischt. Das hochwertige Weihrauchöl in Kombination mit acht weiteren exklusiven Ölen macht dieses Powerflashchen zum wahren Allrounder bei Schmerzen, Muskelkater, Narben und rheumatischen Beschwerden. Ach so, guck mal. Also doch auch bei Schmerzen und nicht erst bei Narben. Ja, absolutes Plus dabei. Es ländert nicht nur deine Schmerzen. Dieses Öl lässt deine Haut strahlen und zieht dabei auch noch extrem schnell ein. Wir haben die Ölform deshalb gewählt, weil Öl einfach immer besser einzieht als eine Creme. Außerdem braucht es, um eine Creme herzustellen, immer einen chemischen Zusatz und das wollen wir nicht. Das finde ich gut und dann nehme ich das doch einfach mal, wenn mein aktuelles Bellybutton-Gedönsen, was ich in Anwendung habe, leer ist, kann ich das ja nehmen. Dass ich damit dann mein Bauch einöle. Mal gucken. Oder ich verwende das dann morgens, wenn das so schnell einziehend ist, wäre das auch ganz cool. Dann habe ich quasi so ein Pain, ein Schmerzlinderungsprodukt, kann ich aktuell wirklich gut gebrauchen, weil der Bauch explodiert halt gerade. Das ist halt so. Okay, gehen wir zum nächsten. Wild Baboon Naturkosmetik. Ein Aloe Vera Gel mit 98% Bio-Aloe Vera Anteil. Das finde ich immer schön. Da sind auch irgendwie 50ml oder so drin. Das ist so eine Glaspumpflasche, die auch ein bisschen an Jungglück erinnert, muss ich sagen. Genau, 50ml. Und sowas kannst du dir dann entweder, hier spendet Gesicht und Körperfeuchtigkeit, fördert die Elastizität und Regeneration der Haut, glättet Falten, Fältchen und beugt Unreinheiten vor. Für die tägliche Hautpflege geeignet. Also das kannst du wirklich fürs Gesicht verwenden, für den Körper verwenden. Cruelty-free, vegan. Du kannst es verwenden, wenn du so Sonnenbrand hattest oder so. So zur Linderung von, oder hier, wenn du irgendwas aufgeschürft hast oder so. Auch da, zur Linderung von diesem Brennen. Oder auch, wenn du einen Wespenstich einfach mal am Finger hast, weil du deine Weihnachtsmütze gegriffen hast und deine Wespe draufsahst. Läuft bei mir. Da hilft sowas halt auch echt. Also ich finde das cool, ich finde das auch irgendwie ganz nett, dass es hier in so einem Pumper daherkommt. Und da kannst du selber dann entscheiden, ob du es fürs Gesicht nimmst, ob du das partiell für einzelne Stellen gerade nehmen möchtest. Ich finde das schön. Doch, Mensch, wirklich, schon echt ein schönes Produkt am Start. Oh, hä, warte. Hier geht noch ein bisschen mehr. Wild Baboon Wagone. Läuft vegane Bio-Aloe-Vera-Produkte. Süß. 2,22 Euro Rabatt. Sichere dir jetzt 2,22 Euro Rabatt auf deine Erstbestellung mit dem Codefairy4U. Das ist natürlich irgendwie knuffig, ne? Warum 2,22 Euro? Das verstehe ich nicht. Ist nett, aber verstehe ich nicht. Auch einen Flyer haben wir hier mit dabei. Die Box muss ich ja auch irgendwie, ja, wie soll ich das sagen? Ja, die Firmen schenken den Boxenmenschen ja nicht die Produkte. Das ist ja so, dass es ja auch eine Art Werbung für die Firma ist. Und da möchten die auch gerne einen Flyer mit dabei legen. Das kann man halt alles nachvollziehen. Ist jetzt in Zeiten der Papierkrise und so manchmal ein bisschen, dass man denkt, hm, finde ich jetzt sehr merkwürdig. Aber gut. Wild Baboon hat auch wohl noch so ein paar andere Produkte. Aloe Vera Saft, Aloe Vera Seifen, äh, Kraft der Aloe. Okay, die haben sich die Kraft der Aloe auf die Fahne geschrieben. Be wild, be natural. Ist auf jeden Fall nett. So. Dann habe ich hier noch was drin. Das ist ein Produkt, was uns bei Adventskalendern, wenn wir die auspacken, immer wieder sauer aufstoßen könnte. Ich finde es hier aber gerade total knuffig. Denn das hier ist von der Fairy Box selber ein wirklich niedlicher Anspitzer. Für dicke und für dünne Stifte, das finde ich irgendwie süß. Klar, da fehlt jetzt so ein bisschen dieses, ne, dieses Drumherum, dass du quasi, dass es dann aufgefangen wird. Das heißt, du musst es dann über Mülleimer anspitzen. Zum Beispiel das Produkt von Puro Bio, was hier mit dabei ist, voll überlegt. Also, ich finde es cool, muss ich sagen. Ich habe zwar mittlerweile genug Anspitzer, aber, ähm, letztens habe ich noch mit meiner Stiefmamm telefoniert, die mich gefragt hat, ob ich irgendwo noch einen guten Anspitzer hätte. Ne? Joa, mittlerweile hätte ich doch ein paar. Dann habe ich hier das letzte Produkt von O-O-Lution mit drin. Glow Up, äh, Hydrates and Brightens. Nundertprozent natürliche Inhaltsstoffe. 65 Plants, 65 Pflanzen sind hier drin, als ob. Naja, das ist auf jeden Fall das Produkt. Klein, aber fein. 20ml, oder was ist hier drin? 15, 15ml haben wir hier drin. Joa, warum machst du das mit diesem Hydrates and Brightens? Äh, für normale und Mischhaut, das ist leider nicht für mich geeignet. Ich habe sensible oder trockene Haut, ne. Äh, äh, steht hier nicht drauf. Einfach nur, dass es, äh, Upsala aufhellen soll und, äh, Dings spenden soll. Feuchtigkeit. Mit über 65 ausgesuchten Bio-Pflanzen-Extrakten hydratisiert diese Feuchtigkeitscreme deiner Haut nachhaltig und sorgt für einen frischen, frischeren sowie strahlenderen Ton. Neben dem frischen Duft wirken Antioxidantien der Hautalterung entgegen. In der praktischen Reisegröße freuen sich Gesicht, Hals und Dekolleté auch unterwegs auf eine hochwertige Pflege. Joa, siehst du wohl, ne, ne Creme. So, wir haben schöne Produkte hier drin. Also ich persönlich feiere am allermeisten tatsächlich dieses, äh, Pain-Gedönsen, ne, dieses Pain-Öl. Dann, äh, den anderen Spitzer, auch wenn ich ihn selber nicht behalten werde. Joa, Aluvera-Gel finde ich cool. Deo an und für sich auch, aber Limone mag ich halt nicht, weil das halt immer diesen leichten Klo-Duft, Nachwirkungs-Mitduft, Glo-Up-Serum, äh, Glo-Up-Creme finde ich auch schön. Das ist halt nur in der Größe etwas, wo man halt einfach nur mal gucken kann, ob die Haut es verträgt oder eben nicht. Ne, das ist halt eben immer die Sache bei diesen kleinen Produkten. Aber es ist trotzdem eine gute Größe, um es einfach mal auszuprobieren, muss ich sagen. Joa, schöne Produkte. Was meint ihr? Schreibt mir das gerne mal in die Infobox. Ja, ich muss meinen Bauch gerade halten, weil mein Baby mich gerade tritt wie verrückt. Keine Ahnung, ich glaube, der feiert die Box auch so ein bisschen. Und, ähm, ja, denkt auf jeden Fall dran, dass ihr in diesem Video was gewinnen könnt. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlösung teilzunehmen. Na, Infobox, weiße Bescheid, da habe ich auch die Produkte immer so ein bisschen aufgeführt und verlinkt, falls du da auch Interesse dran haben solltest. Joa, das war es jetzt hier von mir und meinem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!